Hallo allerseits, Nagi hier mit einem kleinen Aufruf an euch. Langsam, aber sicher bewege ich mich auf die tausend Abonnenten zu, was mich selber ganz verwundert. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Und zu diesem Anlass möchte ich natürlich dann auch wieder ein Abonnentenspezial machen. Und diesmal würde ich gerne ein FAQ-Spezial machen, also ein Video, wo ihr mir Fragen stellt und ich beantworte diese. Am besten ihr schickt dann eure Fragen mir per YouTube.pn mit dem Betreff Fragen. Dann kann ich das besser auseinanderhalten. Also gebt als Betreff Fragen ein und dann schreibt ihr in der PN eure Fragen. So kann ich es halt gut auseinanderhalten. Und dann würde ich halt, sobald die tausend Abonnentengrenze durchschritten ist, beziehungsweise erreicht ist, ein FAQ-Spezial machen und eventuell noch was anderes. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich hinbekomme. Also dann freue ich mich auf eure Fragen. Stellt nicht allzu viele Fragen, sagen wir so, 5 Fragen per PN kann jeder stellen. Nicht, dass ich hier am Ende total überhäuft werde und ich kriege das gar nicht alles in 2 Videos rein. Ich werde mir für die Fragen eine halbe Stunde Zeit nehmen, also 2 YouTube-Videos. Und hoffe, dass ich da möglichst viel beantworten kann. Und ja, dann freue ich mich auf eure Fragen. Hoffe, da trudelt so ein bisschen was ein. Und dann sehen wir uns. Bis dann!